Hallo, ich bin die Anna Gasser. Ich bin der Clemens Millauer. Wir sind am Kaunertaler Gletscher, haben einen super Jump zum Trainieren. Das Ganze ist sehr spontan passiert. Das war gerade eben diese Corona-Krise. Jetzt waren wir uns nicht sicher, ob wir überhaupt heuer noch so einen großen Kicker springen können. Und wir haben einfach einmal nachgefragt und Kaunertal war Annard so nett, dass sie zu uns gesagt hat, wir machen den Spaß mit. Und ja, Annard hat sich so entwickelt. Sie waren auf jeden Fall sehr spontan. Dieser Kicker steht jetzt innerhalb von einer Woche da. Der Hauptgrund, warum ich den Spot ausgewählt habe, ist, dass die Landung einfach mehr in der Sonne ist, als wie der Takeoff, um die Qualität und die Sicherheit zu gewährleisten. Und jetzt sind wir da und haben eine perfekte Session. Ein großes Dankeschön, dass wir da trainieren dürfen. Das wird uns sehr viel bringen in der nächsten Saison. Also danke Kaunertal. Danke Pistenbully. Danke Stefan, Andi und Veit. Natürlich auch Danke von Yamaha und an den ÖSV, dass sie uns da unterstützen. Danke, und komm! room- Bis zum nächsten Mal.